Hickersberger Kräuterschuhe Der Kräutertraum für ihre Füße Wellness ist heutzutage in aller Munde. Man tut sich gern etwas Gutes. Zum Beispiel mit einem duftenden Heublumenbad. Besonders intensiv werden Wirkstoffe über die Fußsohlen aufgenommen. Die Firma Hickersberger hat den einzigartigen Schuh, der Ihnen den wohltuenden Wellness-Effekt für Ihre Füße im Alltag ermöglicht. Mit Hickersberger Kräuterschuhen gehen Sie wie barfuß auf einer Almwiese. Die Füße sind heutzutage zahlreichen Belastungen und Stapazen ausgesetzt. Gerade deshalb ist es wichtig, den Füßen so oft es geht ein angenehmes Fußbett zu gönnen. Hickersberger Schuhe lassen Ihre Füße aufatmen. Dafür, dass die Füße so viel zum Tragen haben, werden sie von vielen Menschen ganz schön vernachlässigt. Mit schlechten oder unbequemen Schuhen kann man nicht nur Schmerzen, sondern auch Probleme an den Füßen und der Wirbelsäule provozieren. Hickersberger Kräuterschuhe mit ihren weichen, anatomisch geformten Fußbetten sind durch ihre Kräutersohlen besonders wohltuend. Für Problemfüße gibt es auch Modelle mit Wechselfußbettungen, die für Maßeinlagen geeignet sind. Durch meine langjährige Erfahrung als Arzt und Sportmediziner kann ich Hickersberger Kräuterschuhe nur empfehlen. In der Firma Hickersberger werden in der zweiten Generation die Kräuterschuhe hergestellt. Zunächst werden ausgesuchte, getrocknete Kräuter in den Schuhfilz eingearbeitet, dann wird mit dem Model die Sohle herausgestanzt. Grundlage für unsere Schuhe sind zwölf Kräuter, die ins Fußbett eingearbeitet sind. Durch die Wärme und durch den Druck des Fußes kann sich die Wirkung der Kräuter auf den ganzen Körper verteilen. Für unsere Schuhe verwenden wir nur die besten Materialien, zum Beispiel sehr hochwertige Leder. Hickersberger bringt den Füßen die Natur zurück. Ein guter Schuhhändler hält viel auf Hickersberger Kräuterschuhe. Ich merke einfach, dass ich einen Schuh hier habe, der schön ist, aber gewaltige Funktion hat. Beim Hickersberger Schuh muss man mal eines sagen, ich habe hier Schuhe, die ich einfach länger tragen kann und wo ich sehr, sehr gut gehe. Auf was es mir bei diesen Schuhen drauf ankommt? Es ist alles Kalbleder, Leder gefüttert und noch das gute Kräuterfußbett mit Kalbleder-Decksohle eingebaut. Obendrein ist auch noch die Passform, bedingt dadurch, dass Verschiedenes an den Oberteilen durch Klettverschlüsse oder Schnallen verstellbar ist, eine hervorragende und die Schuhe sind so gut, dass die Funktion in der Mode gut verpackt ist. Für viele Kunden gilt, einmal Hickersberger, immer Hickersberger. Es gibt für mich keinen besseren Schuh. Hickersberger Kräuterschuhe – der Kräutertraum für Ihre Füße. games. J values und weistens. Hoaa! Hoaa! cuộcagan. Hoaa! Wir 30 Dollar.